Was ist mit dir? Should I have killed him? Vielleicht. Ich bin total verlaufen. Klar, wir müssen sehen. Guck. Uhhhhhhhhhh. Uhhh-ehh-ehh. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Vielleicht ist es auf der anderen Seite. Frau mit Eis. Das war's für heute. Jetzt starte überrading. weil das ist hier hey Ich glaube nicht, dass ich hier so falsch bin. Oder ist das auch auf einer anderen Straßenseite? Weil hier will er ja anscheinend nicht sein. Dann gehen wir mal drüber. Äh, ja. Hm. Okay. 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 3 ist rechts im Bild. Ja. Lehrlechtsbürger ist da. Also ungefähr. Ein Gäß hier. Ich drehe durch. Wir stehen doch an dem Punkt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Der will mich verarschen. der will mich fucking verarschen Nein, der Ort auf dem Bild ist da hinten bei der Treppe, du Arsch Warum kann ich ihn nicht töten? Ist doch dumm Das ist ja cool, bringe mich zu dem Ort auf dem Bild, literally hier, aber nein, er will quasi in die Mitte des Bildes gestellt werden Oh Duh Ok Iris, start up Information, display Iris, shut down Ich soll euch also verfrüggeln, hm? Sure. Ok Was immer wenn ich jetzt einen Ball sehe, von mir an PTSD zu kriegen Guck mal eine Dose. Guck mal eine Kiste. Guck mal einen Mülleimer. Guck mal noch mehr Dosen. Wozu suche ich überhaupt Hinweise, wenn die mitten auf der Kreuzung steht? Guck mal. Guck mal. Ok. Guck mal. Das war auch mein Gedanke. Ich geh da runter und die Ampel ist rot. Guck mal, du kannst hier durchfliegen. Du kannst dich echt bewegen. Das ist cool. Ach. Guck mal. 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 wo soll ich denn zelda ab? wo soll ich denn zelda ab? du wirst hier nope it doesn't work sind alles einmal Shatter? es ist halt wird, dass das nicht funktioniert weil vorher hat es funktioniert mit dem anderen manchen hmm aus deinen gründen hmm okay oh geil wo könnte ich denn noch denn? anscheinend nur wo da, hm? warum ist das hier so ein Trickjump? das macht gar keinen Sinn sodd legion ok ich soll es analysieren und nicht zerschlagen langweilig und nicht zerschlagen langweilig und nicht zerschlagen langweilig Das war jetzt nicht so schlimm, auch wenn es ein bisschen wirr war, aber hey. Ich kann da runter oder ich könnte hoch. Ich kann da runter, dass ich das nicht so schlimm war. Das war jetzt noch nicht so schlimm. Ich kann das nicht so schlimm, wenn ich es nicht so schlimm war. Ich kann das nicht so schlimm, wenn ich es nicht so schlimm war. Ach ja stimmt, Evoki hat nicht mitgekriegt, dass wir den anderen Legion auch noch haben. Ja, unser Bruder ist halt entführt worden und wir haben ihn gerettet, vor seinem eigenen Legion, weil er ein fucking Arsch ist. Ja, Story macht auch keinen Sinn, das war super weird in dem Moment. Okay. Okay. Come on, das war nicht nur in der Nähe. Okay. 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 Motion controlled sind die Wörter. Dankeschön. Okay. 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 Die Motion Control ist voll feuer, wenn er so versucht mit dem rechten Stick zu zählen und dann irgendwie so wackel, 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 motion check, bescheuert, einfach nur bescheuert. Wo er jetzt zählen kann, kann er fast hier drüben nicht zurück hinkommen. Das Ding ist halt, dass am Anfang mit dem Dead macht noch irgendwo Sinn. Ja, das kann ich noch durchgehen lassen, aber fucking Akira, der rumholt, äh, ich hab kein Legion, aber ich schaff das auch ohne Legion, mi, mi, mi. Weißt du, und dann gehst du da raus, ja, und basically klaust du in seinen Legion und die nächste Szene ist, er voll happy, ja, ich bin jetzt Katzenpapperlull. Und du denkst dir nur so, why? Fucking why? Thanks, game. Hm, woher ist denn da drüben? Okay, so, huh? Oh. 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 Nicht Ha, was sind die Items? Interessant WTF? WTF? Aha! Hmm. Hmm. Das war's für heute. Okay, das müsste jetzt immer, glaube ich, lang zum Anlass gewesen sein, oder? Sollte. Nope. Ich fall wieder random runter und find items, wie immer. Sollte. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das macht keinen Sinn. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's gerade gesehen. Dein fucking ernst. Das war's für heute. Gott, alter. Ja, manchmal ist die Kamera so nervig. Nicht nur manchmal. Why is this happening? Ich kann doch keine Targets mehr. Jetzt keine Targets mehr. What the fuck? What the fuck? Das war's für heute. Das war's für heute. Ich will noch nicht weg. Das ist weird. Ist das so, weil ich in den Options feste Kamera eingestellt habe? Aber das ist ja super doch. Aber das ist ja super doch.